Ja hallo, heute möchte ich euch mal einen kurzen Shellbreaking neuen zeigen. Den ganzen könnt ihr nur, also macht ihr euch nur auf eurem Gerät und braucht keinen PC dazu oder sonst irgendwas. Sondern ihr benötigt WLAN und das war's euch schon. Dann geht ihr auf Safari, gebt oben ein, Shellbreakme.com, dann klickt ihr auf Öffnen, dann öffnet sich das. So, dann hat man hier die ganze Meldung, Shellbreakme, bei Comex und das Einzige, was ihr machen müsst zum Shellbreken ist, hier zu sliden, darüber zu sliden. Dann müsst ihr, jetzt die Meldung kommt bei euch nicht, sondern es geht automatisch. Und dann installiert sich, dann holt sich der die ganzen Shellbreak-Daten drunter und installiert sie dann und schon habt ihr Sydea auf eurem Gerät drauf. Und ich finde das überhaupt der einfachste Shellbreak überhaupt. Und ja, das war's euch schon zu diesem Video. Und noch was Lustiges, das Ding, das verlinke ich euch in dem Video, der will eine lustige Aktion starten. Sobald ihr in irgendeinem Geschäft seid, in einem Laden, Apple Store und sowas, wenn ihr da Geräte seht und ihr ins Internet könnt, dann Shellbreak doch dieses Gerät. Also ihr nehmt das Video auf, Shellbreak es und schickt es ins Ding als Videoantwort zu seinem Video. Das poste ich auch. Der will eine lustige Aktion starten, der will alle Videos zusammenschneiden und will einen Titel machen, Deutschland Shellbreak oder... Ja. Das war's euch schon zu diesem kurzen Video. Ich sage euch danke fürs Zusehen. Bitte bewerten, kommentieren und abonnieren. Und dann vidéo ichi. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.